Sie möchten Ihre Haut wieder mehr Spannkraft und Elastizität verleihen und sie gleichzeitig mit hochwirksamen und pflegenden Wirkstoffen versorgen? Dann müssen Sie mal das Active Concentrat mit Hyaluron-Komplex von Dr. Eckstein ausprobieren. Das leichte und pflegende Gel erfrischt Ihre Haut, spendet ausreichend Feuchtigkeit und raue Stellen werden wieder angenehm geschmeidig. Zudem kann es kleine Trockenheitsfältchen mildern. Das Besondere an diesem Konzentrat ist nämlich der hochdosierte Wirkstoffkomplex aus Hyaluronsäure, Glycerin und Fruktose. Dieser verwöhnt Ihre Haut und schenkt Ihr ein ebenmäßigeres und glatteres Erscheinungsbild. Zusätzlich kann Hyaluronsäure ein Vierfaches Deines Eigengewichtes an Wasser speichern und polstert so kleine Fältchen und feine Linien von innen heraus auf. Glycerin hilft zusätzlich dabei, die Feuchtigkeit in die Haut zu transportieren und sie dort zu binden. Feine Linien werden, wie gesagt, von innen heraus aufgepolstert. Die Spannkraft und die Elastizität wird spürbar verbessert. Und bei regelmäßiger Anwendung wirkt das Konzentrat wie ein natürliches Lifting. Sie können das Hyaluronserum gerne lokal auf trockene Hautareale anwenden, aber auch als Intensivpflege benutzen. Möchten Sie es als Intensivpflege benutzen, dann empfehlen wir Ihnen, vorher Ihr Gesicht zu reinigen und das Serum vor der Tagespflege und vor der Nachtpflege anzuwenden. Entnehmen Sie dafür ein bis zwei Pumpstöße und verteilen Sie das Serum gleichmäßig auf Ihr Gesicht, Hals und Dekolleté. Für den Halsbereich gehen Sie am besten von unten nach oben der Schwerkraft entgegen und für den Dekolleté-Bereich ist es natürlich ganz gut, zum Beispiel wenn man öfters auf der Seite schläft, dann bilden sich hier auch gerne mal kleine Fältchen und diese können dank des Serums auch durchfeuchtet und geglättet werden. Und zum Schluss noch ein kleiner Tipp von uns. Möchten Sie Ihre Haut noch mehr verwöhnen und pflegen, dann empfehlen wir Ihnen die Kombination mit der Vitamin Supreme Creme von Dr. Eckstein. Denn der darin enthaltene kraftvolle Vitaminkomplex schützt Ihre Haut zusätzlich vor äußeren Umwelteinflüssen und spendet noch mal ausreichend Feuchtigkeit.